Das ist der britische Spion Charlie Mordecai. 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 Charlie Mordecai. Absoluter Vollidiot. Oh, ich glaube, ich habe Jock erschossen. Ausgezeichneter Schuss, Sir. Sanitäter. Er ist unglaublich raffiniert. Dies ist mein Nostage. Komm mir nicht zu nah damit. Mit allen Wassern gewaschen. Was ist das für ein Ding über Ihrer Lippe? Ich muss dir leider sagen, dass er auf das weibliche Geschlecht anziehend wirkt. Du weißt dich leider an einem sympathischen Wirkerflex. Und behält stets die Oberhand. Du willst ihn dir wirklich nicht abrasieren. Ich fürchte, ich muss hier mal ein Machtwort sprechen. Wie bitte? Natürlich nur mit deiner Erlaubnis. Seine Mission? Die Welt retten. Worin arbeiten mein Mann und Sie? Nun, das ist leider geheime Verschlusssache. Im Januar. Mir ist, als wären wir falsch abgebogen und in der Kulisse eines pornografischen Films gelandet. Bereite dich vor... Äh, hell, hell. ...auf eine neue Art von Held. Unentschieden. Ich bin auf der Haube. Nur keine Panik. Unser Werk hier scheint vollbracht. Oh, Charlie. Johnny Depp ist Mordecai, der Teilzeitgauner. Haha! Oh. Haha! Im Kino. Am Rande des Bankrotts. Und daher brauchen wir einen teuflisch cleveren Plan, um unsere Prämie zu sichern. Wir schnappen das Gemälde, wenn keiner guckt. Hur deve versteft du einen estoy. Oder es sauberui? Warum millimeterbet wetter wird ein好gexuales. Ich bin plantiert. 2000 jachg Victoriausk? tracker.